Ob man jetzt mit der Kirche viel am Hut hat oder nicht, das ist jedem Menschen seine eigene Entscheidung. Aber diese Frau war so präsent, dass ich denke, ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen und gehört. Ich freue mich, dass sie da ist. Dr. Margot Käßmann, wie geht's dir und wo bist du? Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, ich bin in Hannover zu Hause ausnahmsweise mal, fahre aber gleich nach Würzburg, weil ich dieses Jahr noch unheimlich viel unterwegs bin. Also ganz viel, alles, was geschoben ist durch Corona, wird jetzt noch nachgeholt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass du zwischendurch gerastet hast. Ich bin eigentlich seit über vier Jahren im Ruhestand, aber irgendwie schaffe ich das noch nicht so richtig mit der Ruhe. Irgendwann wird es klappen, aber es wäre auch langweilig, wenn ich gar nichts machen würde. Das glaube ich auch. Ich glaube, die meisten wissen auch, du warst Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover 1999 bis 2010. Fast elf Jahre. Aber so viele andere Sachen hast du gemacht und ich möchte heute mit dir, weil es gibt bei dir so viel, worüber man reden kann, über fünf Jahreszahlen sprechen. Und die erste Jahreszahl, über die ich mit dir sprechen möchte, ist 2022. Denn da haben wir dich gesehen, wie du mit der wundervollen Bettina Tietchen, sie war hier auch schon zu Gast, war. Ihr habt gekämmt am Salemer See. Wie kam es dazu? Also ich war bei Bettina schon mehrfach in der Talkshow auf dem roten Sofa und dann hat sie gesagt, ich habe so eine tolle Sendung vor zwei Jahren. Willst du nicht mal mit mir campen? Und dann habe ich gesagt, nee, also campen, da bin ich nicht dabei, da bin ich draußen, das ist nichts für mich. Und dann war ich aber mit meinem Partner nochmal bei ihr in der NDR Talkshow. Da hast du gesagt, ach Frau Kiesmann, das macht so einen Spaß, kommen Sie doch mal mit. Inzwischen duzen wir uns und dann habe ich gesagt, na gut, dann lasse ich mich einmal drauf ein. Und es war auch wirklich lustig und ich muss mal sagen, die hatten ein tolles Team. Also manchmal ist das ja so bei Dresd, das ist alles sehr angespannt und machen Sie das nochmal, gehen Sie nochmal rein, nochmal raus. Die waren total locker. Also ich fand es dann richtig lustig, muss ich sagen. Du, ich habe mich als Zuschauer auch schwer besitzen, vor allem du mit der Warnweste an dieser Heizstelle, wo ich nie im Leben ein Auto vorbeikomme, aber wenn ihr dreht, natürlich. Gott sei Dank. Und das haben sehr viele Leute gesehen. Innerhalb von drei Wochen haben das auf YouTube allein über 100.000 Menschen gesehen. Echt? Das wusste ich gar nicht. War denn das dann vor Ort leicht für dich? Ich würde ja fast sagen, du warst fast als Privatperson da, oder? Ja, klar, ich war als Privatperson da. Also das ist ja nichts Dienstliches oder so. Wie gesagt, dann konnte ich noch wählen. Ich habe schon gedacht, der Horror, ja, ich liege mit Bettina Tietchen in einem Zelt. Es tropft, da sind Mücken. Ich kann nicht schlafen, aber ich konnte dann wählen zwischen einem Zelt, einem richtig so schicken Campingwagen, das dann mehr Glamping, glaube ich, und dann einem Tiny House. Und das fand ich echt interessant. So ein Tiny House, das ist super gemacht. Da ist auf kleinstem Raum alles vorhanden. Krass. Ja, das gibt es auf YouTube. Das solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, weil ich hatte den Spaß natürlich, dich dann auch nochmal ganz anders zu erleben, weil die Jahre davor waren immer, warst du natürlich sehr oft, wenn man dich gesehen hat, in offizieller Position. Deswegen springen wir zum nächsten Jahr und zwar in das Jahr 2018. 30. Juni, war das leicht für dich, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen? Ja, ich habe mir das überlegt. Ich hatte meinen letzten Job sozusagen Beruf, war Reformationsbotschafterin, das Jubiläumsjahr war dann vorbei und ich müsste noch sechs Jahre arbeiten bis zur vollen Rente. Und dann habe ich überlegt, willst du das noch, so einen Druck wieder von 60 bis 66. Und dann habe ich mir das ausgerechnet und habe gedacht, ich kann den Abschlag ausgleichen durch Bücher auch und anderes mehr. Und meine Kinder sind inzwischen auch alle tatsächlich selber im, die können ihr eigenes Leben verdienen sozusagen. Und dann habe ich gedacht, doch, das gönne ich mir. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe Lesungen und habe auch immer wieder Predigten oder Vorträge. Aber ich bin nicht mehr in diesem super Stress. Ich habe heute Morgen ganz in Ruhe gefrühstückt, bin schon joggen gewesen. Also ich habe mehr Zeit. Das ist mir echt wichtig. Wie war denn damals so ein normaler Tag, so kurz bevor du dann gesagt hast, danke, ciao, bye, bye? Ich sage mal, in der Bischöfinnenzeit, da war es echt anstrengend. Da bin ich viertel vor sechs aufgestanden, erst mal mit dem Hund gegangen, sieben Uhr Frühstück mit den Kindern. Und wenn ich dann um acht in der Kanzlei war, da war ich schon das erste Mal müde, sozusagen, weil wenn du vier Schulkinder hast, die alle los müssen und zack, zack, alles muss klappen. Also das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und als Bischöfin hast du oft auch Abendveranstaltungen. Ja, und dann hast du da noch x Umlaufmappen, die abgezeichnet werden müssen. Das geht Samstag, Sonntag durch und Montag geht es weiter. Also das war die anstrengendste Zeit meines Lebens, würde ich sagen. Das nächste Datum, über das ich mit dir sprechen möchte, ist der 20. Februar 2010. Gegen 23 Uhr ist etwas passiert. Das hat Tage danach dafür gesorgt, dass du überall warst. Also man kam um deinen Namen nicht mehr drum herum. Ist das heute etwas, worüber du noch gerne sprichst oder was du lieber aus der Erinnerung haben möchtest? Ich sage mal, gerne sprechen nicht, aber wir können darüber reden, weil das ist jetzt zwölf Jahre her, das ist Teil meiner Biografie. Und es war natürlich eine der unangenehmsten Situationen meines ganzen Lebens. Ja, ich weiß noch genau, ich war Samstagabend, ich war an der Predigt, musste mich beeilen, wollte dann Invictus sehen, morgen Freeman und wir wollten noch zum Spanier. Dann wollte ich mit dem Fahrrad losfahren, war alles vereist, das ging nicht. Dann wollte ich mit meinem kleinen Clio fahren. Das ging auch nicht, den hatte meine Tochter genommen und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du schnell den Dienstwagen. Das war erster Fehler. Und der zweite war, ich habe Wein getrunken, dann in der Aufregung nichts gegessen, bin nach Hause gefahren. Als ich in die Garage einparken will, so eine ganz kleine Sackgasse, steht auf einmal, kommt die Polizei angefahren und sagt, würden Sie bitte mal ins Röhrchen pusten. Und ich hatte definitiv zu viel Alkoholpromille. Montag habe ich das dem leitenden Juristen erzählt, der Landeskirche. Und der hat gesagt, ach, reg dich nicht auf, das ist Datenschutz. Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Und am Montagabend auf dem Weg zu einer Veranstaltung hier im Theater in Hannover habe ich einen Anruf von der Bild-Zeitung. Frau Käßmann, wir haben da eine Information bekommen. Und das war ja, das war sehr schwierig. Am nächsten Tag dann die Bild-Zeitungsschlagzeile Seite 1, die Alkoholfahrt der Bischöfin. Also kannst du dir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, aber erst mal kurz zurückgesprungen. War das eine reguläre Straße, an der diese Alkoholkontrolle stattgefunden hat? Nee, nee, das ist so eine Sackgasse da hinten, wo die Garage von der Bischofskanzlei ist. Also jetzt nicht unbedingt ein regulärer Ort. Hast du mal nachgefragt, warum? Oder hat es dich interessiert, warum zufällig da dann die Polizei war? Also weißt du, da könnte man anfangen zu spekulieren. Ich habe das dann so stehen lassen. Es war so und es war ja auch meine Schuld. Weißt du, ich habe auch nicht angefangen zu sagen, irgendein anderer hat Schuld, die Polizei hat Schuld oder irgendeiner hat mich verpfiffen. Das hilft ja nichts in so einer Situation. Musst du einfach die Verantwortung übernehmen. Ich habe dann die ganzen Schlagzeilen. Am Mittwochmorgen war ich tatsächlich auf jeder deutschen Tageszeitung und dann habe ich gesagt, ich trete zurück. Das geht nicht. Also so kann ich nicht im Amt bleiben und bin Mittwochmorgen am Mittag zurückgetreten. Aus heutiger Sicht war dein Rücktritt zu schnell? Nein, ich denke, er war nicht zu schnell. Ich würde jedem auch raten, wenn du in so eine Situation gerätst, handle selber, bevor du behandelt wirst. Und das habe ich manchmal dann auch erlebt. Das kann ja dann auch sehr zäh sein. Also dann überlegen die Leute, ja, soll ich oder nicht. Und der Druck wächst. Und wenn der Druck noch mehr wächst, irgendwann drehten sie dann doch zurück. Also es war nicht zu schnell. Der Anlass war ein großer Fehler, ganz klar. Aber ich finde, ich habe dann durch den eigenen schnellen Rücktritt für mich auch meine eigene Gradlinigkeit behalten. Und bei Wikipedia, ich zitiere, steht, die meisten männlichen Medienkommentatoren hatten Käßmanns Alkoholfahrt benutzt, um Überforderung in ihren Leitungsämtern, Doppelmoral und Unglaubwürdigkeit ihrer ethischen Position nahezulegen. Wenn du das jetzt hörst, was macht das mit dir? Also das habe ich, muss ich mal nachlesen bei Wikipedia. Das habe ich noch nicht so richtig gesehen. Aber ich finde, ich war nicht überfordert mit meinen Ämtern. Ich war elf Jahre Landesbischöfin, habe ich ja gesagt. Ich war Ratsvorsitzende. Ich war vorher auch lange im Rat der EKD gewesen. Also das ist eine fiese Unterstellung. Glaubwürdig, finde ich, war es ja auch, weil ich habe es nicht geleugnet. Das war, wie es war. Und Doppelmoral schon gar nicht. Also manche haben dann auch gesagt, sie hat Wasser gepredigt und Wein getrunken. Da habe ich gesagt, hä? Wann habe ich denn Wasser gepredigt? Also was soll das denn sein? Also ich kann mit solchen Vorwürfen, weiß ich nicht, kann ich nicht viel anfangen. Bevor wir zum nächsten Jahr springen, möchte ich noch ganz kurz mit dir darüber sprechen, weil dir liegen ja die Kinder sehr am Herzen. Du bist da viel unterwegs, wenn man jetzt guckt. Kirche und Kinder, das ist ja, Stichwort Missbrauchsskandale, sicherlich etwas, was dich schwer bewegt, oder? Ich muss sagen, dass mich das ganz persönlich echt umtreibt. Das ist für mich unvorstellbar, erst mal das Ausmaß an Kindesmissbrauch, das gegeben hat. Ich war damit konfrontiert, als ich mit Heimkindern hier Aktionen gehabt habe, weil das waren ja die ersten großen Skandale, was in diesen Kinderheimen passiert ist. Ich sage mal, das war in anderen Kinderheimen, in staatlichen auch so, aber in kirchlichen hätte es anders sein müssen. Und ich denke, das liegt auch ein bisschen dran an diesen Männerbündischen. Also es ist schon ganz gut, wenn Frauen auch in den Kirchen mit dabei sind, in den Leitungsämtern, weil dieses Vertuschen ist ja genau auch das Schlimme. Also wir haben hier in Hannover dann schon 2000 Regel gehabt. Jede Anzeige auch, nur jeder Verdacht wird sofort der Staatsanwaltschaft übergeben, weil das ist ja nichts, was die Kirchen regeln sollten intern, sondern ich finde, das muss Staatsanwalt, das ist eine Straftat, das muss angezeigt werden. Und ich denke, da ist viel zu lange, viel zu viel vertuscht worden. Ich bin für Terre des Sommes auch Botschafterin und da war ich immer wieder dann Plätze ein für Kinderrechte. Die gibt es in mehreren Dörfern und Städten inzwischen. In Neuss, erinnere ich mich, waren dann sehr, sehr viele Kinder da von der Schule. Die hatten da ihren Ausflug gemacht zur Einweihung des Platzes. Und dann habe ich gesagt, guckt mal, bei den Rechten steht auch, niemand darf euch wehtun, niemand darf euch schlagen. Und manche haben mich da doch mit großen Augen angeguckt, weil ich fürchte, in vielen Familien ist es immer noch nicht so weit mit der gewaltfreien Erziehung. Und Missbrauch findet ja auch in Familien statt. Also das ist ein Riesenthema. Aber ich finde gut, dass wir eine Sprache heute dafür haben und dass Kinder auch wissen, das ist Unrecht. Ich bin nicht schuld, ich muss mich nicht schämen, sondern dass die Tat der Täter, der Täter ist schuldig. So sieht es aus. Und wenn jemand von euch da draußen irgendwie bei diesem Thema helfen kann, unterstützt bitte Kinder. Helft. Wir springen eben das nächste Jahr. 2006, das war das Jahr, in dem du deine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen hast. Ich sage mal, sowas ist immer ein Schock für jeden. Also du gehst ja zur Vorsorgeuntersuchung, weil du hören willst, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay. Und wenn du dann da sitzt und der sagt, da ist ein Knoten und der ist bösartig, wie ich das sehe, dann müssen wir eine Biopsie machen und wahrscheinlich eine OP. Dann bist du erst mal am schlucken. Andererseits muss ich sagen, ich hatte vorher natürlich auch Fälle von Krebs erlebt. Ich habe auch Menschen beerdigt, die an Krebs gestorben sind. Mir war ziemlich klar, bei Früherkennung bei Brustkrebs habe ich ziemlich gute Chancen. Das war mir auch klar. Und gehst du seitdem regelmäßig zu untersuchen? Oder war das so ein Erlebnis, dass du gesagt hast, ich mache da nichts mehr? Doch, doch, doch. Ich bin immer regelmäßig gegangen. Und jetzt, ich sage mal, alle in meinem Umfeld gehen seitdem auch regelmäßig, weil das schon wichtig ist. Und 19, also 13 Jahre später, hatte ich wieder so eine Diagnose. Und muss sagen, da war ich dann auch echt überrascht, weil nach zehn Jahren, sagt man, eigentlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Rezidiv kommt. Aber das ist auch wieder gut behandelt worden und gut behandelbar. Also insofern bin ich sehr dankbar, dass ich noch unter den Lebenden bin. Das bin ich auch. Als du die Diagnose dann 2019 zum zweiten Mal bekommen hast, hat sich das anders gefühlt? War das der gleiche Schock oder konntest du damit umgehen? Ne, war schon nochmal ein ganz schöner Schock, muss ich sagen. Es waren tatsächlich dann sogar auch vier Knoten. Also das war noch ein bisschen größere Geschichte. Aber ich bin eigentlich, also ich sage mal, im Moment habe ich echt geheult. Gebe ich auch zu. Ja, weil ich so gedacht habe, und es kann nicht wahr sein. Aber dann hatte ich auch einen super Arzt hier, der so ganz ruhig ist und sagt, Frau Käßmann, das kriegen wir in den Griff. Das lässt sich behandeln. Also das tut schon gut, wenn Ärzte dann auch solche Ruhe bewahren. Ich habe erlebt beim zweiten Mal auch, der kam dann nicht. Also ich habe da gesessen, hatte die Mammographie gemacht und dachte, hoffentlich kommt der jetzt bald mal. Ich will weg. Ich habe noch was zu tun. Und dann hat der aber erst mit zwei Kollegen gesprochen, wie er mir das sagen soll wahrscheinlich. Und ich finde, das müsste in der Ausbildung von Ärzten noch viel stärker vorkommen, wie die so eine Nachricht überbringen, wie sie das rüberbringen. Das ist ja doch ein Moment, in dem du ganz schön angefasst bist. Und ich habe das auch oft gehört, dann, wenn ich Trauergespräche hatte, dass die Ärzte auch die Nachricht, also ihr Mann schafft es nicht oder ist verstorben während der OP oder so, die haben große Mühe, das rüberzubringen. Und ich finde, da müsste ein bisschen Seelsorgeausbildung ins Medizinstudium rein. Bei dieser Diagnose, bei der zweiten mit den vier Knoten, gab es einen Moment, an dem du an dem Punkt warst, vielleicht die Hoffnung zu verlieren? Oder hast du sie nie losgelassen? Nee, ich habe immer Hoffnung gehabt, weil ich habe gedacht, also ich möchte noch ein paar Jahre leben. Ich meine, ich bin jetzt Christin, ja, also ich weiß auch, das Leben ist endlich. Ich hoffe, dass das Leben in Gottes Hand über diese Zeit rausgeht. Und weiß ich, ich bin 64 und ich denke immer, wenn jemand in meinem Alter oder noch älter stirbt, dann kannst du sagen, du hast ja ein Leben gelebt. Ja, du hattest ja ein langes Leben. Du kannst ja dankbar zurückblicken. Aber wenn ein junger Mensch stirbt, ich habe auch Kinder beerdigen müssen, da denkst du ja dann immer, die konnten ihr Leben oder ihre Möglichkeiten gar nicht austesten. Also ich finde, das tut wirklich sehr weh. Wenn Ältere dann sterben, dann finde ich, kann man wirklich sagen, es war ein gelebtes Leben. Hättest du bei der ersten Diagnose 2006 gedacht, dass du 2022 noch hier bist? Ich glaube, so weit konnte ich gar nicht denken. Weißt du, du denkst dann doch, ich möchte diese Krebsdiagnose überleben. Erstmal. So weit denkst du. Und du denkst dann nicht, werde ich in 16 Jahren noch da sein oder so. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was alles noch kommt im Leben. Manchmal ist das doch ganz gut, dass du gar nicht alles weißt. Dann springen wir jetzt in das wahrscheinlich schönste Lebensjahr von dir. 2023. Was hast du denn dafür so geplant? Ich freue mich wirklich auf 2023. Ich will endlich weniger machen. Dazu bin ich fest entschlossen. Und dann wäre ich ja 65. Das ist im Juni. Und dann habe ich überlegt, was machst du da? Irgendwas Schönes wollte ich machen. Ich habe an einem Samstag Geburtstag. Und ich habe ja vier Töchter, vier Schwiegersöhne, sieben Enkelkinder und einen Partner. Und die habe ich jetzt alle eingeladen, mit mir ein Wochenende in einem Hotel am Timmendorfer Strand zu verbringen. Darauf freue ich mich riesig. Einfach ein schönes, großes Familienwochenende. Wir sind so viele. Mein Partner hat auch vier Kinder. Die haben auch Partner und Enkelkinder. Also wir können als Familie gar nicht mehr richtig zusammenkommen irgendwo. Und deshalb finde ich das jetzt eine schöne Aussicht. Und sie haben auch alle gesagt, dass sie kommen. Sehr gut. Dann kommt hier die Admoderation. Ich hoffe, dass du uns trotzdem auch mit dem 65. Lebensjahr und den ganzen Jahren danach erhalten bleibst. Ich freue mich, dass du da warst. Dr. Margot Käßmann in der Web Talk Show. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, hat Spaß gemacht und tschüss. Dankeschön. Bleib noch ein Moment. Du hast noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und Margot, heute ist der Tag. Du hast noch ein paar Momente Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, lebt das Leben. Zeit ist wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig kurz. Und natürlich müsst ihr auch mal einfach nur rumhängen. Aber bitte nutzt die Zeit nicht nur, um nichts zu tun. Dafür ist es zu schade. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend um 19 Uhr. Mein Name ist Nico Gutjahr. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Dr. Margot Käßmann. Bis dann. Ja, und jetzt gebe ich euch doch mal was aus der Bibel mit. Und zwar Römer 12, 12. Das gefällt mir gut so als Lebensmotto. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich finde, das ist auch eine gute Lebenshaltung. Fröhlich, geduldig, beharrlich. In diesem Sinne. Tschüss.